Was hat die ganze Skulpturen eigentlich gemacht? Weiß ich nicht. Die haben so komische Formen. Vielleicht waren das mal andere. Ui, Lokan, das ist ein bisschen netter hier. Wenn wir jetzt hier reingehen, was ist das denn? Ist das so ein komisches... Ich hoffe, ich muss nicht bis nach oben. So, Text. Oh, Lady, was? Was? Ich habe es endlich gefeiert. Was ist das? Ich habe... Ein Schatz? Ich glaube, es ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Ich glaube, es ist ein Schatz. Es ist ein Schatz. Es ist ein Schatz. Wie viele sind das? Nein, es ist nichts. Es ist auch gar nicht zu werden. Wie kann ich es auf meinem Haufen? Es ist eigentlich ein Schatz. ich habe ... ein Schatz? Ja, man hat mich als auch ein Schatz. Aber warum sind die Lügen? Ja. Ja, ein Status macht jetzt nicht jemanden mehr Wert oder so. Wie das? Wertvoll. Außer Yami. Ähm. Nein, Spaß. Yami braucht die Portion. Krass. Sit, bro. Ähm. Aber wir haben Stufe 4 der Vertrauensverbindung. Ich bin zutiefst enttäuscht und geschockt gerade. Ach, ihre Mutter? Und wieder Welpe? Ähm. Was passiert hier? Ähm. Ähm. Ja. Ähm. 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 haben sie denn die mutter getötet garth wauw 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 Aber was jetzt mit Kiyoka? Ich weiß nicht, was das letzte heißt. Watashi war es halt. Ich bin... Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Wow! Es passiert hier! guck mal die nüsse Weil es so mehr? Natürlich ist Yuito, ja. Ja, das Wort kenne ich halt nicht auf japanisch, ja. Weil ich nichts als nutzlos ansehe. Warum lerne ich da so nicht. Okay, jetzt sind wir unsichtbar. Okay. 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 Das habe ich schon mal gehört, aber... Ich komme mich jetzt nicht drauf, aber ich habe es schon öfter gehört. Das wäre lecker oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Erdbeeren sind lecker. Habe ich ja richtig geraten. Stimmt. Machen wir da immer die Betonung. Machen wir da. Machen wir da. Wir sind Yuito. Wir sind die Bezgegnungen. Die Bezgegnungen sind die Bezgegnungen. Er ist der Bezgegnungen der Bezgegnungen. Wir werden in diese Wohnung in die Wohnung gehen. Oh, da war es. Ich habe einen Locken. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht aufrufen. Dafür darfst du nachher ehrsam mit Erdbeeren füttern. Das ist toll, ich kriege aber keine Einsäge ab. Das ist toll, ich glaube, dass sie nicht so viel zu denken. Was? Wenn man sich etwas überrascht hat, dann erzähle ich es. Wenn man eine Art von Komponenten hat, dann kann man die Menschheit einfach einfach jacken. Wenn Yui mit Erdbeeren füttern ist, dann kann man die Menschheit sehr schnell ab. Das ist so schnell. Wenn ich nicht, dass ich diese Tür nicht verletze. Hey, 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 du sagst dich nicht. Wir sehen uns auch. Das ist das Schlimmste. Es gibt nichts anderes. Genau. Vielleicht können wir die Möglichkeit, dass wir die Bräintalken verbunden werden. Yuta, du hörst? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wenn man nicht die Leute auszutauschen hat, dann wird es auch verletzt. Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist gut, dass wir uns mit dem Kontakt verbunden haben. Das ist so, dass wir uns nicht mehr haben. Wir sind nicht mehr. Wir müssen uns mit dem Kontakt zusammen. Wir wissen, dass wir uns da nicht mehr so haben. Wir warten uns sehr. Oh, was mit Kyoka? Die steht da nur rum, da ist Alarm, aber wem juckt's? Ja, me? Weißt du, was ich dich hasse? Ja, verdient, so richtig verdient. Das sind Banause. Nee, ist einfach schlimm, dass du keinen Geschmack hast, Yami. Das ist ja das Traurige. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab dir Vazagakugeln und so geschenkt. Wird das nicht gewürdigt? Dann hat er aber echt ne Miso-Rolle gespielt. Oh Gott. Ja. Wir haben einen Kargol. was also von totoro du guck erst mal den film oder allgemein anna 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 Gut. Das war's für heute. Ich hasse, dass sie sich gewidzieren kann. Steck dir jetzt Dinger rein. BAMM! Die sind gleich bei derasen Seite der Reise. Geht euch das? once wenn ich mache die Reise. Es gibt eine Schwungsschung für die Reise. Versuch euch alles. Wasst du mitzunehmen? Die Reise du mitzunehmen. Das ist ein Gehir, aber wieder. Das war's für mich. Wenn sie lacht, hab ich Angst. Yoga, wach auf! Das ist einfach ein schlechter Traum. Es ist ein kleines Erwart. Es ist ein Kleines Erwart. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Bis zum nächsten Mal.